Der Hauptrundensieg in der Basketball-Bundesliga Verfolger Ewe Baske Zoldenburg 52 Punkte, bleibt nach dem deutlichen 117 zu 85, 59 zu 43 Sieg gegen die Gießen 46 Erst auf dem zweiten Run kann das Team von Dejan Radonjic durch den verlorenen direkten Vergleich jedoch nicht mehr von der Spitze verdrängen Der einstige Serienmeister Alba Berlin und Aufsteiger Rasta Vechter fügten Science City Jena und den Makro Merlins Kreilsheim derweil schmerzhafte Niederlagen im Kampf gegen den Abstieg zu Berlin setzte sich in Jena mit 81 zu 77, 42 zu 39 durch das Überraschungsteam aus Vechter siegte in eigener Halle mit 95 zu 92, 50 zu 42 gegen Kreilsheim Bonn setzt Webb vor die Tür die bereits für die Playoffs qualifizierten Berliner stehen mit 46 Punkten auf dem dritten Tabellenrang, gefolgt von den punktgleichen Niedersachsen aus Vechter, die ebenfalls an der Endrunde teilnehmen Kreilsheim bleibt mit 14 Zählern vorletzter, Tabellenschlusslicht Jena, 10, hat nach der 12. Niederlage in Folge nur noch geringe Chancen auf den Ligaverbleib Derweil lösten die Telekom-Basket Spawn den Vertrag von Forward James Webb 3 im beiderseitigen Einvernehmen auf, wie der Verein am Dienstag bekannt gab Für die anstehenden schweren Spiele im Kampf um die Playoffs brauchen wir Spieler, die 100% bereit sind Deshalb respektieren wir James' Entscheidung und haben der Vertragsaufhebung zugestimmt, sagte Sportmanager Michael Wichterich Bonn verlor die vergangenen drei Spiele und steht mit 30 Zielern aktuell auf Playoff-Platz 7, Punktgleich mit den MHP-Riesen Ludwigsburg auf Rang 10 Bayern München, Bronze Bamberg, 85 zu 78, 44 zu 42, beste Werfer, Bartel, 15, Jedovic, 12, Lucic, 11, für München Alexander, 12, Rubit, 10, für Bamberg, Zuschauer, 6, 500, Ewe, Basket, Oldenburg, Gießen, 46, erst 117 zu 85, 59 zu 43, beste Werfer, Cummings, 30, Massenat, 20, Paul Ding, 16, Stoyanovski, 12, Mahal Basic, 10, Booth, 10, für Oldenburg, Bryant, 23, Bell, 15, für Gießen, Zuschauer, 6000, Rasterfechter, Hacro, Merlins, Kreilsheim, 5, und 90 zu 92, 50 zu 42, beste Werfer, Bray, 22, Hinrichs, 17, Young, 16, Chapman, 14, für Vechta, Kofi, 18, Kerussell, 15, Merchen, 15, G, 14, für Kralsheim, Zuschauer, 3140, Science City, Jena, Alba, Berlin, 77 zu 81, 39 zu 42, beste Werfer, Williams, 17, Matzeiker, 16, Roberts, 16, Joyce, 10, für Jena, Sigma, 20, Gidoitis, 13, Saibu, 12, Bolten, J, R, 12, Enoko, 10, für Berlin, Zuschauer, 2285, Let's Block, It's, Why?